Hast du den Koffer noch zu? Oder er geht von alleine zu? Kontakte hinzugefügt, Deleman. Wie kann ich denn das scheiß Handy aufrufen? Ah, Handy ist mit T, okay. Wir sind da, Mark. Die Reservierung ist auf deinem Namen. Ramon. Du willst Hajimei-Tanke. Willkommen im Pantecki-Plasa. Papiere sind für den Flatter. Keine Sorge, ich krieg das hin. Denkst du etwa, das war meine Idee? Ja, das war deine Idee. Nein, das ist kein Blödsinn. Willkommen im Pantecki-Plasa. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, ho, äh, Sir. So. Eieieiei. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Pantecki-Plasa bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie, bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-San zu treffen, richtig? Ja, das ist richtig. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Wow. Bitte sehr. Danke. Danke. Ohaio. Herzlich willkommen im Kompeki-Plasa. Ohaio. Würden gerne einchecken, nicht, Jackie? Mann, Mann, Mann. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Ramon. Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht. Korrekt? Korrekt. So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-San über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, V. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-San erwartet Sie doch, oder? Seniorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Meta-Kiebel, irgendein Cyber-Psycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Wehe, du sagst Bescheid, ja? Sie haben die Lazzuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangs-Chip. Nach dir, Harry. Danke, Ramon. So, jetzt hoffentlich keine Scheiße. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Willst du nicht noch... Hallo? Jackie? Neu-Barcelona, im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Mein, 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 Alter. Was meinst du, Harry? Äh? Ziemlich nett hier, ne? Echt wie dieses Messe-Hotel in Zürich. Ich war in Zürich? Was denn? Ich nehm das halt ernst. Hi. Hier gibt's was zu trinken. Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und falls nicht, schicke ich sie heute Abend mit dem Flugzeug zurück. Jetzt sind wir was ganz Großes auf der Spur. Das ist der Coup. Ach, Jackie, weiter geht's. Ich musste kurz ein Gespräch belauschen. Total unauffällig. Ey, aber Jackie, wir können doch erst mal auf die Bar, äh, zur Bar, oder? Jetzt ist mal eins, zwei Spütter. Ach, das sind Nachrichten. Okay, dann hab ich halt die ganze Nachricht mal hingebracht. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komm ich irgendwann mal mit Misty her. Äh. Wir können uns dort umsehen. Wir könnten einen Blick wagen. Äh. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein Scheißvertreter. Tja. Ich gehe hoch. Ach komm. Na, dann gehe ich nochmal ein bisschen in die Bar, ne? Servus. Und wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, Sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen? Hallo? Jetzt schlafen. Gute Art. Abend. Was darf sein, Kleiner? Kleiner? Zeig mir, was du hast. Sicher. Okay, was wollen wir uns holen? Was gönnen wir uns? 3000 hat der Bartyp. Oh, wir können sogar Sachen verkaufen. Äh. Gut, Schluss. Gut, Schluss. Wieso habe ich zweimal kutschlos? Na, dann verkaufe ich doch das hier, oder? Ich brauche den Schmuck nicht. Ich brauche den Schmuck nicht. Beide bitte. Gut, die ist ein Messer. Das ist alles Junk, ne? Junk verkaufen. Ich bringe dir jetzt nicht gerade viel. Da haben wir nur noch Essen mit bei. Äh. Boah, so ein schöner Whisky wäre jetzt auch was. Äh. Wenn die sowas hier auf Lager haben, ne? Brocef Allee. Oder hier auch Dosenbier. Äh. Äh. Ich nehme mal die fette Flasche. 150. Ne, doch nicht. Danke. Danke für Ihren Kauf. Beenden Sie uns bald wieder. Ja, ist doch angenehm, ja. Gehen wir mal Jackie hinterher. Richtig schön, ja. Geht bloß so. Aufzugrufen. Aufzugrufen, die aktivieren. Nee. 42 Apartments. Aha. Ding. Ui. Äh. Mitte zu den Apartments. Ja, das hat schon... Das hat schon was, äh, für sich. Der wird hier immer schneller. Wäre nur noch cool, wenn man sehen könnte, wo man gerade ist. Da ist Jackie. Jack. Wird auch Zeit. Moin. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein. Dachte ich mir. Ey, ganz ehrlich, für diese Überheblichkeit hätte ich dir mit meiner Knarre ins Gesicht geschossen. Du gefällst mir schon, Baby. Aber ich hab zu tun. Was? Okay. Würfel. Ja, geil. Stressball. Geil. Oh, Balkon. Balkon, Balkon. Der Arasaka-Tago kann ich leider nicht sehen. Schade. Ah, Aussicht. Geht. Moin. Moin. Ich geh jetzt mit ganzen Sachen durchsuchen. Oh, Junk oder so. Ich bin ein echter Junkie. Ja, die Tür geht nicht auf, okay. Ja, Jackie. Wir können. Warum sagt T-Bug eigentlich nichts? Könnt ihr auch ruhig mal was dazu sagen? Soll ich zuerst? Okay, dann geh ich zuerst. Wir sind im Zimmer. Von Pecky Plaza. Soll ich nicht übernachten. Gute Wahl, Park. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm. Klingt einfach. Schacht. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius, Aristoteles. Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Gute den Scanner. Seh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Okay. Was haben wir denn hier? Da ist der Schacht. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Sprinkler an? Was ist denn jetzt? Äh. Oh lol, er ist unsichtbar. Wo ist der Sprinkler? Hallo, mein Sprinkler. Ja, die Kleine steckt fest. Was? Ja, warte. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umsehen. Wie gesehen. Ah, wie sehen wir denn aus? Ja. Lächeln. Wurde ich gucken. Schmollen die Kärfen mit Stahn. Hm. Wurde ich gucken. Aber wir sehen schon schick aus. Äh. Ein bisschen duschen können wir doch auch noch, oder? Nee. Ging an unserer Wohnung, das weiß ich noch. Oh, Jackie, dann gib mal deinen Kontrollspieler her. Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Weg hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Karnal. Wir haben keine Zeit. Äh. Deck die Überwachung, das ganze Hotel ab. Jackie, was sagst du dazu? Leck die Überwachung, das ganze Hotel ab? Hm. Auch die Schlafzimmer in den Suiten. Nice. Die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist no-go. Null Hotel Security. Was? Dann gib mal her. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamera-Fee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. So, wo... Okay. Hm. Hm. Okay. Hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen... Da ist er. Auf zum nächsten Schatz. Arasaka übernimmt die Kosten. Für alle etwaigen Strafen. Wo ist er? Geht doch nicht ums Geld. Es sind Bahnen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Cool, Alter. Was darf ich jetzt machen? Wir können nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Ja, ach, da oben ist er. Hier wird ausgeführt. Kann ich das nicht? Meine Frise sind die dumm, Alter. Und... Rein in die Olga. Komm. Okay. Vielleicht hat es drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Danke. Danke. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Äh, Bock? Problem. Was denn? Zimmer Service ist im Weg. Ich lenk sie ab. Was haben wir denn im Sacknet? Okay. Schon dabei. Bleib da, bitte die Gip. Okay. Bleib da, bitte die Gip.